Du änderst also deine Energie, deine Frequenz. Und was passiert dann? Du ziehst Dinge an, die dieser Energie bzw. dieser Frequenz entsprechen. Also die Dinge, die du in deinem Leben eigentlich haben willst. Ob es jetzt so der Traumpartner ist, ob es jetzt Betrag X auf deinem Konto ist, ob es so dein eigenes Business ist. Hey Natural Biohacker, was geht bei dir? Und herzlich willkommen zu einem brandneuen 6-Minute-Friday hier auf dem Natural Biohacking Podcast. Mein Name ist Robin und ich werde dir heute zeigen, wie du deinen Erfolg automatisieren kannst. Und die 6 Minuten laufen ab jetzt. Ja, wie kann ich es schaffen, erfolgreich zu werden? Das ist eine Frage, die ich mir jeden Tag stelle und die ich mir auch schon eine ganze Weile stelle. Und das ist egal, ob es jetzt im Business ist oder einfach in meinem persönlichen Wachstum oder auch in einem gesunden und glücklichen Lifestyle. Damals habe ich immer gedacht so, ja, ich brauche dafür doch mehr Zeit, um da irgendwelche Sachen zu machen, zu lernen oder Sachen zu üben. Und dieser zweite Glaubenssatz war einfach so, mein Job, meine Arbeit, die hindert mich daran. Weil da muss ich ja die ganze Zeit am Start sein. Und so habe ich keine Zeit, um Sachen zu machen, die für mich wichtig sind. Und das dritte Ding, was ich mir auch immer gesagt habe, war so, ja, ich warte lieber noch. Ich warte lieber noch, bis ich mehr Zeit habe. Ich warte lieber noch, bis ich mehr Geld habe, so den und den Betrag auf meinem Konto habe. Ich warte lieber noch, bis ich ein bisschen mehr Klarheit habe, was ich eigentlich haben möchte. Das ist ein Muster. Und ich habe das Gott sei Dank relativ früh erkannt. Und dieses Muster, das hält dich ab davon, erfolgreich zu werden, ob du es glaubst oder nicht. Und das Witzige ist ja daran, wenn du dann nichts änderst, schon auch wenn du jetzt kein Geld hast, wenn du keine Zeit hast, wenn du noch im Job bist und so weiter, wenn du da nichts änderst und wartest, dass sich etwas ändert, das ist ja nicht logisch, das kann ja nicht funktionieren. Ja, du musst ja irgendwas machen oder du darfst ja irgendwas machen, damit du dann auch die Veränderung sehen kannst. Aber du musst halt erst mal anfangen. Besser, du schaffst dir eine tägliche Erfolgsroutine. Und das ist, was ich damals gemacht habe. Auch wenn ich noch den Job hatte und ich hatte zwischenzeitlich drei Jobs gleichzeitig. Ich habe in einem Reformhaus gearbeitet hier in Zürich. Ich habe Fahrradkurier, ich bin Fahrradkurier gefahren und dann habe ich noch Podcasts gemacht nebenbei und keine Ahnung, so mein Business versucht hochzuziehen. Ja, und trotzdem habe ich mir jeden Tag Zeit genommen für meine Erfolgsroutine. Die kann natürlich ganz unterschiedlich sein. Da können wir nachher gern noch kurz drüber sprechen. Wichtig ist aber jetzt erst mal, was ist denn eine Erfolgsroutine überhaupt? Ja, und das ist ja eine Abfolge eigentlich von Ritualen beziehungsweise auch von Habits oder Skills, die du aufbauen willst und lernen willst, die du wirklich täglich machst und die du auch automatisierst. Das heißt, du machst immer dasselbe. Und wie gesagt, überfordere dich nicht. Überlege einfach so, was brauchst du jetzt für deinen Erfolg? Egal, was es ist. Ob du jetzt einen besseren Körper haben willst, ob du mehr trainieren willst, ob du dich gesünder ernähren willst, ob du eine Beziehung suchst, die dich erfüllt oder halt einfach einen Job, der dich erfüllt, beziehungsweise dir auch ein eigenes Business aufbauen soll, was ich natürlich jedem empfehlen würde, der ein freiheitsliebender Mensch ist. Genau. Und dann ist halt erst mal wichtig, anzufangen. Ja, und wirklich sich so Zeit dafür einzuräumen. Und wenn es nur eine halbe Stunde am Tag ist, dann stehst du halt eine halbe Stunde eher auf und gehst eine halbe Stunde eher ins Bett und wirst dann halt am Morgen die Sachen machen, die für deinen Erfolg wichtig sind. Ja, was passiert, wenn du das täglich machst? Ja, genau. Du änderst etwas. Du änderst dein Denken, du änderst dein Handeln und irgendwann übernimmst du dieses neue Ich. Du embodies das, also du verkörperst es. Ja, du denkst auf einmal so wie dein Erfolgsprototyp. Du verhältst dich so, du sprichst so, du handelst nach diesen Prämissen, die du dir da jeden Morgen, jeden Abend oder jeden Nachmittag, je nachdem wann am besten deine Routine reinpasst, je nachdem wann du das machst. Ja. Du änderst also deine Energie, deine Frequenz. Und was passiert dann? Du ziehst Dinge an, die dieser Energie beziehungsweise dieser Frequenz entsprechen. Ja. Also die Dinge, die du in deinem Leben eigentlich haben willst. Ob es jetzt so der Traumpartner ist, ob es jetzt Betrag X auf deinem Konto ist, ob es so dein eigenes Business ist, ob es deine eigene Community ist. Egal, was du machen willst oder die Reise, die du schon immer mal machen wolltest. Ja. Und ja, und diese Dinge, die ziehst du einfach in deinem Leben an. Ja. Und du kreierst die. Und weißt du was? Du machst das auch jetzt schon. Ich weiß, das kann, das tut ein bisschen weh, aber es ist alles selbst erschaffen. Das musst du erst mal verstehen. Du bist der Schöpfer. Und auch wenn es jetzt gerade nicht so gut bei dir läuft, wenn vielleicht gerade alles scheiße ist und wenn dein Job dich abnervt, dein Chef dich abnervt oder dein Partner oder dir immer irgendwie irgendwas Schlimmes passiert, immer irgendwelche Rechnungen kommen oder sowas. Ja. Du bist dafür verantwortlich. Es ist alles dein Fehler. Und das ist auch gut so. Denn wenn du das verstanden hast, da verstehst du auch die Macht, die du eigentlich hast. Also übernimm endlich Verantwortung. Das ist ganz wichtig. Übernimm endlich Verantwortung dafür, was du jetzt erschaffen hast und übernimm die Verantwortung für ein erfolgreiches Leben, welches du für dich erschaffen willst. Ja. Wie sieht diese Erfolgsroutine aus? Wie kann die aussehen? Ja. Vielleicht machst du erst mal jeden Morgen ein bisschen Sport, um einfach so in diese Energie zu kommen. Ja. Vielleicht möchtest du auch etwas visualisieren, möchtest meditieren, möchtest dir schon mal vorstellen, wie es denn ist, wenn du diesen Betrag auf deinem Konto hast oder wenn du den perfekten Partner hast. Oder stell dir vor, wie es ist an dem Traumstrand, wo du leben möchtest. Ja. Und geh in diese Visualisierung rein. Wie würde sich dein neues Ich verhalten, wenn das schon so geschehen ist? Und dann ganz wichtig, Dankbarkeit. Fühle diese Dankbarkeit. Was hilft dir dabei, dein Mindset zu optimieren? Und das ist halt, so, das sind die sechs Minuten jetzt. Was hilft dir dabei, dein Mindset zu optimieren? Überlege dir das ganz genau und geh vielleicht aus dieser Podcast-Folge raus, aus diesem Six-Minute-Friday und schreibe dir mal zwei oder drei Habits oder Skills oder Rituale raus, die diesem Erfolg entsprechen würden. Ja. Und fang dann an. Vielleicht heute Nachmittag schon, vielleicht heute Abend. Vielleicht auch, wenn du mehr der Morgenmensch bist, dann steh auf und wenn du morgen richtig fit bist, dann mach zuallererst deine Erfolgsroutine. Das, was für dich wichtig ist. So kannst du Erfolg automatisieren. Ja. Und so kannst du deine Gesundheit automatisieren. So kannst du ein glückliches Leben automatisieren. Und genau das ist auch das, was wir machen auf den Workations zum Beispiel, die wir machen, in den Coachings, die ich mache. Und wenn du da mal live mit dabei sein willst, dann kannst du dich immer noch bewerben für die Klassenfahrt. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Und da gehen wir natürlich genau in diese Erfolgsroutine rein. Ja. Wir zeigen dir, wie du ja so ein erfolgreiches Business halt auch aufbauen kannst. Aber natürlich auch ganz wichtig, das Mindset dafür schon optimierst. Sodass wirklich automatisch die Dinge in dein Leben kommen, die du haben möchtest. Deswegen kannst du dich jetzt noch bewerben auf www.robinstolberg.de slash Klassenfahrt. Und nun wünsche ich dir ein wunder, wunderbares Wochenende. Fang am besten jetzt schon an mit deiner Erfolgsroutine. Warte nicht noch bis Montag ist oder so und sagst, ja, ja, jetzt am Wochenende noch verlängertes Wochenende hier in der Schweiz jetzt gerade. Nein, fang damit an. Wenn du es heute nicht mehr schaffst, dann aller, aller spätestens morgen. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Erfolg und natürlich ganz viel Freude, Leichtigkeit und Spaß. Stop Acting Small, dein Natural Biohanger.